Essen, zu 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 essen, Kisten, Sprengstoff, nehmen wir mal nicht mit, Asylbekasten, Stäbenbäcke, alle das nichts, wir nehmen mal mit, Puzzle, das, Alkohol, die Flaschen sind leer, 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 Dosen sind zerbrochen, Kühlschrank, wieder Alkohol drinne? Nein, doch, das ist überall Alkohol, Wuff, 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 soll ich mitmachen? Leer, 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 querschrank, da war es wieder voll, Patrone, Hülse, Patrone, Leere, Munition, aber nicht für unsere Waffe, Turbo, Turbo, und Lotterieschein, ich glaube, kein Ahnung, was sie machen, aber hier machen wir mal mit, sie sind überlastet, Ach, echt, und was ist da drinne? Das ist das Brille, für Vegan, genau, 18 zu viel, gucken, reparieren, kann man, glaube ich, nichts, nein, da auch nicht, Lederrüstung, kann man wegwerfen, und die andere auch noch wegwerfen, wenn man wieder bei sind, kommt der nächste Runde, da ist der nächste Runde, da ist der nächste Runde, eins, ich treffe den anderen, aber nicht, ich muss die Waffe wechseln, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen, eine Flinte, gut, 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 komm, rauf, Schütchen, komm, hey, komm mal, und die ab, kommt her, hey, die haben hier vor uns ab, haben wir ihn, hocken, so macht Tierjagen Spaß, eh, weil es keine Hunde jagen, das macht nicht Spaß, aber allgemein Tierjagen, auch nicht gut, ich meine, Tierjagen hier in dem Spiel macht Spaß, sind, kriege ich jetzt erfunden, hey, runter, und auch laden, runter, zielen, sammeln, oder noch laden, mit zwei Schuss, immer wieder drin, so ist irgendwie ja das Rathaus, so, heute unterhalten wir uns, wie bauen wir die Stadt wieder auf, alles brennt, alles liegen, und dann schützen, also draußen hängen, Leichen, hat zwei konstruktive Ideen, du da, hängst da draußen, du hängst da draußen, gibt es genau, überhaupt jemanden, der da nicht draußen hängt, ne, scheint nicht zu, also gut, aufstehen, alle sind faul und hängen draußen herum, guck mal, da hinten, und, den ich voll gegen dich geschossen hab, und hier liegt einer, der wollte Backdance machen, da hätte er ja auch im Studio rum stehen gehabt, als Zuschauer, aber keiner kam, denn alle wurden abgeschlachtet, sieht man ja hier, oh, er hat geschafft, einen Hund umzubringen, uuuuuh, leer, 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 alles, langweilig, dann kann man mitnehmen, ja, ist ein Klassenzimmer, wie es aussieht, obwohl Rathaus ist, hat ein Klassenraum und Rathaus in eins, Schule und Rathaus in eins, die Bildung war das Wichtigste in dieser Stadt, da liegt ja auch so viele Leichen rum, zwar für Biologieunterricht gedacht, und, das Sammlungsetage, und, wir sehen wieder Tiere, sind verkostet Tiere, aber sehr feinde, was Tiere sind, bis 008 008 008 008 008 008 Die Mine kamen uns sehr gut, aber wir sind fast dran, sie sind jetzt gestorben, aber wir haben alles verloren. Alle Körperteile sind verkrüppelt. Von Gott, die haben wir natürlich mit. Aber wir haben die Hunde alle ausgeschaltet. Den Ene zwar unweigerlich mit einer Mine, die die Opsen gelegt hat. Ah ja, aber hier sind sie drauf und der Kopf bewegt sich bloß. Alles ist leer. Gibt es irgendwie noch, sind noch eine Kartoffel am Fußboden rumliegen. Im Werkzeugschrank, da ist was drinne. Achso, im Werkzeugschrank. Oh, gehts da noch mal ins drauf. Ach, da war der, der rumkommt. Ich habe einfach geklösset. Hier liegt ein Prospektor. Hülse. Mention. Rattenfleisch. Ne, da war es auch noch mal mit. Adratzteige Minus, will ich nicht. Toter Prospektor. Rinn. Die Hänne, die uns alle das Bekennen sind, ist auch eine weibliche Person. Im Wort genannt, Ötländer. Wo es eine Ötländerin ist, denn sie hat hier was drinne. eigentlich soll ich munitionsporn nehmen sie schützen dass ihr wollt nein mache ich nicht das ist das treppenhaus jemand noch eine deutsche höhe in diesem haus verkrüppelt aber laufen wie eins ok laden und feinde nein haufen zu essen und zu trinken in der tür die führt zu lehrer schreibtisch akten schränke zweier die zu was drin ist zum beispiel munition im rathaus wird man immer mal zu tun gröken ist ja halt die währung aus meinem roten haus so jetzt kommen ja keine regierung regierung für was wir wissen dass keine wahlung keine stadt befehligen wenn man kein geld hat und da kam ich da ist klo und klo findet man immer erst hilfekasten wird abbreitend war so dran hinten geht es zu sehr leicht und öffnen sehr leicht immer erst mal hier rein und nein sehr leicht halt geht ja schnell hier findet man leeres zeug leeres zeug leer leer werkzeug schrank da findet man nix aktenschrank findet man zugeretten oder den aschensbäcker müsste dazugehören in der aktenschrank findet man vorgleichsgeld nehmen wir natürlich mit da findet man nix da ist leer mechow aus hier wohnt der bergermeister hallo wir möchten zum bürgermeister bitte hallo ach was für die kaffeebäuse kann man ja mal das mitnehmen das mitnehmen das buch mitnehmen bürgermeister stains terminal resettat total regierung gefängnisausbruch high roller das lese ich bestimmt nicht alles durch wer will kann ich es durchlesen ich mache es bestimmt nicht testen und 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 aus ich tue das bestimmt nicht lesen es werden wir viel zu viel und die jungen sohn normal der drehscheine mit reich kommt gleich gewinnen wir auch und da ging zu viele wegen der drehscheine schreibt das ist ein hartlammer so warum liegt mir zu viel ich liebe mir viel zu zweit warum so machen wir das haben wir alles repariert schließen wir halt mal auf das ist nix achten schränke ist leer und immer von rechts am besten berüstungskörper ist unruhe stifter nachkampf schusswaffen plus 2 liegt aber 8 kann man es nicht leisten essen kann man auch nicht leisten drogen kann man mitnehmen nur ein kohle victory alkoholiker munition wir wegen wieder zu viel nun mal sanse die victory mit gewerschrank ist munition munition der mieten hülse kalibur munition die glockchen brauchen wir auch nicht den spinnt ist geld in diesen alten schrank ist nix aber hier drauf liegt wog ich das geld nehmen wir mit haben wir wieder zu viel genau um 3 aber dann kann man auch nix wie es aussieht nein wuchsterben kann man mal austesten wie die so fliegen immer mal dieses bild ja blieb gut blieb einen schönen bogen wenn man auf so ein buch trifft tiefer ja bleibt stecken also die wir uns im buch aufnimmt und da den sperrblum mit drin wo ich mal nachgucken ich hab noch zwei sperre die haben noch ein fangter der ist halt wo ist ein buch hier wenn ich da drauf schieß und jetzt buch nehmen geht nicht leere spritze versenktes buch fallen lassen brauchen wir ja nicht auch den insbär den mal durch jagen lassen hier ist nix da habe ich geplatzt mehr leider ja aktivieren habe ich schon brauche ich aber nicht weil ich bin jetzt immer echte visier diesen teilen jedenfalls weil die besucher verwirrt vor allem sieht doch normal aus ich bräuchte wir laufen doch nicht so gesund herum wie meine selder komm so hier wird gefeiert ja hier unten war ich noch nicht hier hinten genau und hätten das kein feind nein ich weiß nicht also angegriffen hat dieser schreibtisch kann man nicht benutzen ok da drin ist dann ist das brille fleischer hippie und da drin ist ungeugen geld ich kumpe hier lang ich brauche hier fern